hallo meine lieben willkommen zurück zu homeworld deserts of karak und ja wir haben ein großes problem jetzt und zwar diese galisi die greifen uns jetzt an und zwar mega mäßig wir müssen uns dringend zurückziehen jetzt gucken wir mal wie das wird ich bin mal sehr gespannt und ich habe natürlich wie immer echt die hosen voll aber klicken wir schon hin alles in ordnung die reparatur die vergrößern wir das machen wir schon das ist wichtig jetzt bauen wir auch noch ein bisschen was wir haben noch kapazität wir bauen ein und zwei real ganz von wir da kommen die jetzt jetzt gucken wir mal also die kommen alle zurück so schnell wie möglich naja das andere fahrzeug wird schlechtes werden wir nicht schaffen das schade oh mein gott jetzt fahr mal so schnell wie möglich und von hinten kommen sie auch aber gut ja weil reparatur läuft jetzt bin ich mal gespannt ob wir noch ein bisschen was heißt noch nichts ok sind es denen ihre jets jetzt was ist das für ein bümpchen und bümpchen was ist das für ein bümpchen oh ja waren die oder bin ja das uns gewesen sein kapptein machar das ist kapptein kariyer sakala sakala be adviert in der enemy kariyer Ashoka und ihre fleette haben uns verruhert Entstanden. Wir haben dich und unsere Koalitionspartner für Jahre über die Galsian-Freiheit gegründet. Wir haben eine Total-Kleinzung der Dessert-Wastelands gegründet. Aber jetzt sieht das aus unserer Begründung. Ich sage, dass wir die Grittidim ausbauen, während wir die Vorteile haben. Entstanden? Der Galsian-Karrier hat einen Escort von Multiple Cruisers. Reckere ich sofort auf die Galsian-Position. Das war's jetzt. Ich dachte, wir werden hier groß angegriffen. Okay. Wenn wir da jetzt alle hingehen. Gut. Brauche ich mal einen guten Angriff. Jetzt machen wir noch mal einen guten. Sauber. Sauber, sauber. Und jetzt noch mal ein Grittig. Komm, und rein. Die haben uns jetzt schon ganz ordentlich abgeschossen. Oha. Die haben uns halt mal geschwindet. Stopp, 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 stopp. Junge, 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 zurück, zurück, zurück. Das war nicht so erfolgreich. Das war nicht so erfolgreich. Das war nicht so erfolgreich. Jetzt kommt schon. Jawohl. Jetzt. Jaa, so. Und jetzt hier. Wir haben ordentlich verloren. Der eine Angriff am Anfang war jetzt halt richtig schlecht. Gut. Oh, Leute. Ihr Belagerungskreuze. Oh. 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 Das hat uns aber schon ein bisschen was gekostet. Also die hatten diesen AOE-Angriff, der uns mal richtig Schaden gemacht hat. Wir haben gewonnen. Okay. Expeditions-Trägerschiff kapiert. Expedition-Carrier Kapisi. How many days have we been out here? Feels like weeks already. We've reestablished communication with the North. Reports from Tyr are encouraging. Pockets of resistance have sprung up and are holding Gaussian forces at bay. But for how long? Here, crew morale remains high despite the constant engagement with Gaussian forces. I can't say enough about the men and women who've signed on, risking their lives for this Expedition. Our goal feels almost impossible at times, but there is hope and a will to succeed against all odds. For now, that will have to do. Okay, Leute. Kalash-Wrack war außerirdischer Herkunft. Wiederhole, Kalash-Absturzort hat keine Verbindung zu Karak. Treffen mit Scala hat endlich stattgefunden, während Galzien-Trägerschiff Ashoka sich näherte. Okay, Verfolgung aufgenommen. Nächste Mission. Okay, Freunde. Hau. Belladin-Dünenmeer. Und wir sind hier mitten in den Galzien-Gebieten. Ja. Belladin-Dünenmeer quasi. Hier ist die Kapisi und wir fahren hier. Das ist Schlengel-Kursi. An Rohstoffquellen vorbei. Oder? Das sind große Rohstoffquellen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Die Ashoka ist damaged and on the run. Yet despite the artifacts we've recovered and the upgrades we've made to the Kapisi, we are still no match for her speed. Having relocated to a wide debris field deep within the Belladin-Dünen-Sea, die Ashoka appears to be conducting much needed resource operations. The Sakala will maneuver to the north and draw the Ashoka away. The Kapisi will then strike directly at the enemy resourcing operations. Klingt gut. Klingt gut. Erst von den Ressourcen abschneiden und dann vernichten. Okay. Sind wir dabei. Okay. Also wir haben ja gesehen, dass wenn die ihre AA-Gunst haben, die machen richtig Schaden bei unseren Jägern zumindest. Kapisi, this is the Sakala. We are in position and ready to engage. Understood. Moving to attack now. Good luck. Okay. We have reached the vicinity of the Ashoka's resourcing operations. We. Okay. Okay. Ich würde gleich mal sagen, dass wir da. Okay. Okay. Okay, können wir machen. Bomber. Auch cool. Bomber würde ich mal vorschlagen. Setzen wir dann aber eher ein bisschen anders ein. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier die Ruhe, den Highground kriegen. Und vielleicht auch die Kampfpatrouille. Das mal empfangen, oder? Wir würden uns vielleicht hierher stellen. Weil es hier doch eine erhabene Position ist. Und von dort die Patrouille erwarten. Oder? Ja, ich glaube, das können wir machen. Und vielleicht können wir auch noch die ein oder andere Railgun-Kampf. Oh, aber der Jägerrumpf, wenn wir den erhöhen? Ich glaube, das ist so wichtig. Die Haltbarkeit der Rümpfe. Ah, das ist auch mega wichtig. Leute. Komm. Wir machen das. Und bauen. Bauen ein bisschen was. Guck mal, wann die kommen. Die müssten ja gleich kommen, oder? Ah, die Kampfpatrouille kommt gar nicht hier bei uns vorbei. Natürlich nicht. Gut, dann gehen wir mal hier rüber und holen uns die Ressourcen noch. Dann holen wir uns vielleicht auch die anderen Ressourcen. Ja, also die Steuerung ist halt nach wie vor ein bisschen nakelig. Base-Romber begleitet Antimashire. Hier ist alles gut soweit. Ante Maschinen sind auf dem Weg. Kreuze ist bereit. Also. Ganz gut. Und wir nehmen hier ein bisschen ab und und. Ähm. Ja, ich würde dann auch gerne noch ein bisschen forschen. Das wäre schon ordentlich. Schon gut. Wo ist der Schüttner schöpft? Echt. Wo ist der Schüttner schöpft? Oh Gott. Ich sehe gar nichts. Und die beladen sich jetzt hier nach und nach. Das ist ganz gut. Okay, die Sonderfähigkeit. Der hat es als Sonderfähigkeit wahrscheinlich. Hochgeschwindigkeitsgeschoss. Bricht Panzerung auf. Zielpanzerung war 10 Sekunden lang um 4. Verbessert oder die Ladeverbesserung nach Ladezeit der Schubfähigkeit von den Kleinen. Wir machen die Railgun Sonderfähigkeit. Aber das wird ganz gut. Das ist echt ein. Im Verhältnis zu den anderen Spielen wird das hier. Es ist hier richtig. Richtig anständig, Leute. Um ehrlich zu sein. Richtig gut gemacht. Man hat das Gefühl von Größe. Von Macht. Von kräftig. Kräftigkeit. Jetzt haben wir hier alles abgebaut. Wir gehen hier rüber jetzt. Kräftigkeit. Konfirmiert. Light attack vehicle in service. Fleet Group 1 assigned. Oh, ha. Oh, ha. Oh, ha. Oha! Ach, die Kaffee! Junge, was ist denn das? Armored Vehicle lost. This is the captain. New sector density. Support crews are destroyed. Alert. LAB down. Alert. Support taking on top fire. Armored Vehicle is taking fire. Alert. Rachel is at 75% all integrity. Aha. Attention. Joint fighter approach vector dialed in. Attack or set. Aber Rachel geht noch. Kriegen wir noch hin. Mit Rachel ist alles gut soweit. Bis jetzt. So, jetzt kommt Leute. Haut mal hier. Richtig rein. Das war's. Kann ich mir nicht vorstellen, oder? Ja, macht mal die weg. Kommen wir jetzt hier schön. Ja und rein und weg. Nächster. Und Rachel kriegen wir auch wieder geheilt irgendwie. Alert. Rachel is in attack. Hat uns aber trotzdem ganz schön was gekostet. Am Ende. Ja, ja. Alles gut. Kampfpatrouille ist aufgeregt. Es gibt ja noch einen. Der nimmt gar keinen Schaden. So, jetzt gucken wir mal. PDA active. Carrier copies. Ah ne, wir kommen auch mit zwei anderen Maschinen jetzt ganz gut voran. Das passt schon. Hat der uns so erwischt, mein lieber Mann. Okay. Begleitkreuz haben wir eigentlich genügend. Okay, gut. Also wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Ressourcen. Im Prinzip, wir brauchen alle Ressourcen. Ja, dann gehen wir jetzt. Würde ich sagen, hier nach links. Ja, wenn das abgebaut ist, dann gehen wir nach links. So, die müssen noch abladen. Und dann geht's los. Okay, haben wir abgeladen. Oh ja. Das funktioniert doch, oder? Ready für assignment. Roger. Ordnung. Der Begleitkreuzer kommt hoch. Ich halte halt viel von den Begleitkreuzern, weil die eben diese Reparaturfähigkeiten haben. Ja komm, wir machen das Rackner hat eins. Und gehen schon mal in Richtung hier oben. Die Bomber sind inzwischen auch wieder bereit. Alles dürfte bereit sein. Okay. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Die Bomber sind unity, mit dem Kammerlam quantisch. Ja, sieheben. Oh ja. Oh ja. Oh ja. das Problem ist. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Gut, Ende Maschine. Zerstört, sehr gut. Oha! Okay, also die... Wo designiert Hostile? Ich sehe kein Hostile. Warte, was? Ist da was geflogen? Nee, oder? Alles gut. Ja, ja. Nee, wir kommen jetzt alle. Auch die... Auch die Capici, sehr gut. Ja, läuft doch. Ganz ordentlich, oder? Ich finde halt auch die Reparaturfähigkeiten sehr wichtig und sehr gut. Also wenn man seine eigenen Sachen da reparieren kann, es hat schon was für sich. Hätten auf jeden Fall länger durch zu haben. Da können wir noch irgendwas Interessantes verbessern. Die Railgun Feuerrate. Und 25% machen wir auch. Oha! Gut! Capici macht Rutschaden. Ja, ja. Also müssen wir uns keine Sorgen machen. Alles gut. Das sieht's auch gut aus. Ja, Leute. Ich hätte gar keine Zweifel schicken müssen. Wir machen mal Ruh. Alles gut. Das gibt's hier noch... Aber hier gibt's die ganze Menge. Gehen wir zum Brackschrott mal. Also wir gehen erst zum Produktionskreuzer hier und dann zum Brackschrott. Bauen noch. Ein paar Railguns. Nicht alles so schnell. Also eher gemächlich voranschreiten. Oh, Leute. Oh, da hinten. Da hinten. Hey, hier sind die Railguns. Ordentlich kommen die. Jawohl. Jetzt die Luftunterstützung. Ja, ja, ja. Oder? Angriffstraygunen. Das ist super. Das sieht gut aus. Haben wir. Und ihn kriegen wir jetzt auch. Ja, ja. Okay, alles gut. Alles gut. Das ist gut. Gut, schön getroffen schon. Auch schön getroffen. Oh, schön getroffen. Richtig schön getroffen. Jetzt kommen unsere Railguns. Die machen wir jetzt rein. Aha. Und die andere Maschinen auch. Ja, alles gut. Ja, Sakala. An. Oh. Oh. Die kommen zu unserer Position. Ja, ja, reicht. Der hat uns genug gesagt. Der hat uns genug gesagt. Sakala. Say again. What is the Ashoka's Vector? Sakala. Do you read? Over. We are well within range of their broadcast. The Gaussian may be jamming the signal. Strike responding. We're moving up. Acknowledged. System's online. We're clear to proceed. Brenner copies. Acknowledged. Brenner copies. Reading you. Rachel here. Reading you. Rachel here. Science officer responding. Reading you command. Operator, I'm checking your system remotely. Your heat exchangers are functioning. Not sure where all your hot airs are going to go. And do that. Carrier here. New head. Just. Alles noch gut, oder? Ja, alles gut. Ich möchte noch nicht die Anti-Maschinen schicken. Na, wo sind die Anti-Maschinen? Go for carrier. Oh. We got something on the horizon. Waiting for eyes on to authenticate. Advanced to mark CUs. This is Rachel. Go ahead. Check the latest from office first. I sent the details over. Flight attack vehicle is under fire. Test on time. Hostile approach confirmed. Copy? We're ready. Reading. Overdrive. Punch it. Ready. Set. Strike fighter approach. Alert. LAB down. Strike systems online. Ready to burn. Jetzt kommt. Die schießen halt alle auf denselben, aber das macht nichts. Das passt schon. Das passt schon. Okay. Copy. We're on the way. Rachel here. We're clear to move. Artifacts spotted. Hostile light attack vehicle. Visually authenticated. Artifact recovered. Authentication confirmed. Make ready. New sector designated. Move out. Attention. Get us moving. Coordinates confirmed. Rally point set. Rally point set. Move to location. New course charted. So. Okay. Salvager online. RU is identified. Advantage and evaluation. Das sollten wir hier auf jeden Fall in die Wichtig hier einverleiben. Das wäre blöd, wenn wir das nicht... Proceed to our use site. Watch your levels. See you sight exhausted. We've detected something. Can you confirm visual? Yeah. We can confirm visual. Designating hostile. Border confirmed. Got eyes on a hostile. Alert. VT is taking fire. See you field is depleted. Carrier repair systems are unavailable. Weapon systems online. Strike craft taking effective fire. Attention. Target set. Hostiles strike craft down. Counter measures active. Run. Go ahead. Prepare for contact. See you sight exhausted. Gut sieht es aus. Und die KP zieht es auch nicht gerade schwach. Das passt schon. Ne. Es soll nicht. Die können wir nicht auch mal starten. Oder? Da, Sonde fliegt. Are you sight exhausted? Jedenfalls fliegt die Sonde. Enemy production cruiser has appeared in the AO. Okay. Ja. Und das war's mehr oder weniger dann auch schon. Okay. Ah, passt schon. Wir holen uns hier alles, was wir holen können. Genau. Das ist so wichtig. So wichtig hier was... Hostile light attack vehicle detected. Na, das war okay. See you field expanded. Okay. Ne, wir müssen auf jeden Fall... Also im alten Humboldt war es so, dass wir... Bevor... Bevor die Geschichte hier zu Ende ist... Ähm... Da gibt es nichts mehr zu holen. Auf jeden Fall noch... Auf jeden Fall noch... Den... Den... Brackschrott... ...abbauen. We're getting lots of stoppages on the main gun. Can we just switch to adverse or do we need to do something else? Uh, no, you're fine on a... Just watch your rate of fire and heat sinks. Battles will cook faster out here in this heat. Copy that. I've got the gunner on the... See you's exhausted. Go for Capizide. Sorry, doesn't forget, the settings have been changed. We'll do 2-3-0. All systems go for zero. Light attack vehicle is under fire. Attack core set. Alert. Light attack vehicle destroyed. Armored vehicle is taking fire. Enemy armor disabled. Light attack vehicle is under fire. Easy, go ahead. Gut. Und was macht das hier? Verstärke die Energie, um die Sensor- und Waffenreichweite zu maximieren. Okay. Das hier? Verstärke die Energie, um die Turmleistung zu optimieren. Okay. 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 Artefakt-Manifest. Okay. Fakt mal da hinten an. Und Rachel, du wirst schon hier ein bisschen schießen. Oh ja. So, die müssten wir ja lockisch hatten. Im Normalfall. Ja, ja. Wir haben es komplett schon erwischt, oder? Ja, ja. Machen wir nochmal eins. Na, da gibt es nichts mehr. Okay. Ja, ja. So, jetzt wird hier abgebaut wie verrückt. Hihi. 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 Theref Hihi. Hihi. Ja, wollte ich gerade sagen, da müssen wir uns eigentlich gar keine Gedanken machen. Wir stehen gut. Da gehen sie aber jetzt, oder? Passt. Passt. So, und jetzt wird hier abgebaut. Wie verrückt. 2-4 so. Gut. Ups. Was zeigt, wie viele Erntemaschinen momentan Konstruktionseinheiten sammeln und wie viele diese RE sammeln. Okay. Läuft. Ja, und die werden hier halt wirklich schrittweise abgebaut. Und diese großen, 5-Schritte-weise. Wie seht ihr? Weil da jetzt zwei Arbeiten sind schrittweise. Oh ja, Leute. Die Spuren hier sind auch ganz nett im Sand. Naja, das ist eben bei diesem Spiel so. Man muss sich ein bisschen Zeit lassen, sich da hinein denken quasi in die Wüstenwelt und für jeden verdammten Rohstoff einsammeln. Und wenn man das nicht macht, wie gesagt, man hat Probleme. Oh je. Ich habe schon sogar beim alten Homeworld, als die Mission rum war, bin ich dorthin und habe nochmal alles abgebaut. Und es hat ewig gedauert. Ja. So. Jetzt sieht es aber gut aus. Alles gut. Genau. Sollten wir dasselbe nochmal dort machen. Wir gehen auch die Richtung da rüber. So. Wobei es hier noch einen Wrack gibt und da könnte... Was an Identified Craft on Approach. Ah ok. Ne, das haben wir auch schon erledigt. Diese 125. Mein Gott. Auf die würden wir jetzt verzichten. Aber die nehmen wir mit und dann gehen wir zum Produktionskreuz. Location Mark. Ja. Die Mission war nicht so schwierig im Prinzip. Wir hatten halt auch das Glück einfach, dass wir diese Patrouille ganz am Anfang schon erwischt haben. Never將 Regionen grandes ausfרטen. FLYNNG.: Hinten. Fahr consciously reagieren mit. Fahr mit状態 Fahr supplies einem stammaten. Fahr mit mir anschauen. Strikefighter, ready for service. Ready for assignment. Go for Capizzi. Enemy light attack vehicle marked on approach. Enemy contacts on the board. This is the captain. Coordinates confirmed. New heading set. Target on the board. Make ready. Strikefighter coordinate dialed in. Light attack vehicle is under fire. We're in the fight. Strikecraft destroyed. Alert before taking hot fire. Okay, Leute. Capizzi reading. All systems go clear. Das war der Angriff. So, okay. Rachel. Mach dich bereit. Jetzt gucken wir mal, ob wir da vielleicht auch noch irgendwas finden. Reading you. Ob wir auch ein Artefakt hier noch finden. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Rachel, moving out. Du hast Artefakt. Du hast Artefakt. sehr gut wir könnten auch mal wieder eine feindliche einheit übernehmen aber gut wir bauen noch mal eine andere maschine okay okay oh ja Wir sind wundern. Wir sind wundern. So. Proximity, warning and effect. Hostiles designated. So. Begleitfahrzeug Meister. Wie heißt der? Captain Lieutenant Gryx Soben. All systems green. Lieutenant Sitar Soben. Lieutenant Kevin Soben. Heißen die alle so? Operations Update. RUs in der Region wurden verdammt. Offizier, oder? Captain Lieutenant. Das höchste was ich gerade habe, oder? Captain Lieutenant. Was anderes haben wir nicht mehr. Ja, wir hatten auch einen höheren schon. Ja, aber konnten wir da jetzt noch keinen befördern. Na sowas. Ja gut. So, das bauen wir hier ab. Das ist Knall. Ich weiß nicht, ob wir noch mal einbauen sollten. Ich finde es jetzt nicht so wichtig. Wie wichtig. Die kostet halt doch 150. Ja. Weiß ich nicht. Haben wir einen Base Drummer? Flugabwehrgeschütz. Ah, der hat auch ein Flugabwehrgeschütz. Okay. Ja, mach da mal. Mach da mal einen Turm hin. Das passt schon. Okay, bin ich vielleicht gut. Ah. Okay, jetzt bin ich aufgeregt. Ich bin da jetzt halt. Ich bin da jetzt halt. Na. Wir haben jetzt hier ganz ordentlich abgebaut schon. Ja, ja, ist eh gleich soweit. Okay. 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 Alles klar. Aber wo sind die hin? Wo ist der Produktionskreuzer von denen das nicht mehr da war sein sollte? Das sollte hier eigentlich sein. Ah. New heading set. Kapisi copies. Target confirmed. Launch Bomber. Copy that. Bomber on deck. Keep moving. Frostile light attack vehicle detected. Enemy contacts on the board. Wood. Gut. 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 Jawoll. Ja. Copy. Gut. Copy. Okay, Leute. Oh, die Ashoka. Jetzt ist was interessant. Oha. Wie viele sind das denn? Die Ashoka kommt ab. Sie werden alle weitere Personen zur Kriegung. Die Ashoka kommt zu einem Okay, ja, wundervolle Also die Jungs sind hier, wir sollten vielleicht hier hoch... Vielleicht sollten wir auch einfach mal ganz kurz... Einfach, einfach so mal speichern, oder? Einfach so hoch, dass da nichts schief geht, abgeschlossen... Gut, okay, zurück zum Spät, na dann... Ready, send! This is the Captain Vielleicht können wir auch auf der Stelle hier... Uns irgendwie... Auf den Dünen... Das wäre doch was, oder? Okay Hört sich gut an We recommend airstrikes, hört sich immer so an So, jetzt gucken wir mal... Wir gehen nämlich zu denen... Wir haben gar keine Angst vor der Flugabwehreinheit... Schaut mal hier... Flugabwehreinheit... Aber hier durfte keine Flugabwehreinheit sein... Ja... Hostile on sensors... Authentication are confirmed... Launch Bomber... Bomber online... Ready for launch... Okay... Warten und dann geht's los... Die schießen auf einen, oder was? Echt jetzt? Enemy Railgun eliminated... Hostile Armour eliminated... Target two ranks... Serial engaged... Die Railguns sind erledigt... Aber da ist Flugabwehreinheit... Da müssen wir aufpassen... Da können wir nicht so ohne weitere hin... Gut... Ja Leute... Mega... Jetzt machen wir weg... Hostile Railguns... Opened up... Strike fighter approach vector dialed in... Hostile light attack vehicle... Visually authenticated... Alert light attack vehicle... Destroyed... Armour vehicle... Taking effective fire... Armour vehicle... Has been destroyed... Attention... Target confirmed... Launch Bomber... Alert... Rachel is in contact... Support crews are under attack... Immediate fire support on that position... But then... It should happen... Satan won't be liberated... Who is humour out to? Nolevel... Soul police seal... 천 vraag Galale è g Ultimately, eh事情... Servanti hit... letzter Uma... Er geht dann endlich vor... Er geht dann schon mal um... resp இர... Ich glaube, die Bombo ist mega stark. ...reaktivität. Enemies armors disabled. Strike fighter coordinates dialed in. Strike systems online. Ready to burn. Crew ready. Proximity hospital engage. Point defense. Target set. Zero end with point defense. Target confirmed. Launch bomber. Bomber on deck. Set to launch. Hostiles designated. Tractors on side. Forters are under attack. Comedious fire support on that position. Hostiles designated. Park Baron. Enemies armors under frozen. Lieber Mann. War jetzt nicht gerade harmlos. Oh. A large wave of Galician aircraft have been detected incoming from the north. Aha. They will enter the combat zone here and are on route to the Ashoka. Okay. Deploy AA assets along their projected course to destroy them before they land on the Ashoka. Move out. Ready. If allowed to rendezvous with the Ashoka, the air units would greatly increase our air strength. Inspector dialed in. We have modified our anti-aircraft missile systems from the AA turret to be compatible with the assault unit chassis. This will provide us with a mobile anti-air platform. The missile battery is effective against both ground and air targets. However, it can only fire while stationary. Upgrade fabrication facilities and begin producing missile batteries to counter them. The vehicle is taking Gelsian interceptor group ETA. Seven minutes. Support cruiser under attack. Immediate fire support on that station. New heading set. Bomber to launch deck. Bomber. Enemy railgun firing unfriendly. We have a braille gun. We have something on the horizon. We have waiting for eyes to authenticate. Attention. New heading set. Hostile armor. Eliminated. Contact enemy armor. Very designated. We are moving. We're moving. mal gucken wo das neue fahrzeug ist die raketen batterie alles klar ich habe ihn überleben und wird richtig hochgeheilt auch einfach genug heilung und der base schon da wird nämlich mal schön flug andere wird flugabwehr hier hinsetzen ja ja wir werden jetzt hier richtig schön flugabwehr bauen und die kapie ist gut aber geht trotzdem ja gut hauptziel ist immer noch verteidigungsschiff als schocker zu stören ok und die haben ja die begleitkreuze haben ja auch flack also wir sind gar nicht so schwach aufgestellt dann gucken wir mal wie wir das machen was haben wir jetzt die antimmaschinen aber das sind die raketen batterien okay was haben wir da raketen schiffe machen wir mal drei minuten ein flugabwehreinheit und verdammt jetzt hoffe ich mal dass wir es trotzdem nicht das war eine schlechte idee sorry mega schlechte idee enemy armor disabled armoured vehicle is taking fire die die kamen die 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 kreis kreis was wenn die mit war ganz Ja, super. Ah, verdammt. Bisschen die Bombe weg. Kapitel, sie kommen hier rüber, wir schaffen es trotzdem wahrscheinlich. Weaponsystems offline. Kalsian Interceptor Group ETA, 60 Sekunden. Deploy anti-aircraft Assets to intercept them before they land on the Ashoka. Ja, ja. Haben wir einen Base-Scrawler verloren noch? Hier sieht es ganz gut aus. Kalsian Interceptor Group ETA, 30 Sekunden. Ja, ja, ja. Hostile Detektion, visual unconfirmed. Enemy Armored removed. Weaponrange Systems offline. Kapitel, copy. Kördnete confirmed. Ready. New Kördnete verified. All dem Prinzip müsst ihr die Ashoka als eigentlich ganz locker besiegen können. Letzte Achtung. Strike fighter coordinates dialed in. Attack course set. Armored vehicle is taking fire. Jetzt gucken wir mal, jetzt kommen sie gleich nämlich. Ah, das sind doch die beiden Base-Runner. Jetzt kommen die von unten. Trotzdem müssten sie abkriegen. Ja. Schaut mal hier, unsere Flak funktioniert einwandfrei. Oha, was ist jetzt los? Oh. Na, wir rechargen jetzt mal. Strike fighter approach vector dialed. Ja, wir haben sie. Hihihi. Ach, really? Willst du enjoy the campfire with the knowledge that you are dead is inevitable? There can be no peace on Karak. So long as your kitid pursue a path to the stars. Das wird die Folge gestorben, oder? Personal log, Science Officer, Rachel Seget, Expedition carrier Capici. Jacob, you're on to something big brother. The tech the Galician have recovered from these wrecks. The tech we have found ourselves is rewriting the book on science and engineering as we know it. Already we are seeing the benefits. You can imagine how excited I am. I only wish you were here to share this. If we survive long enough to get to the Chiraki object, there is no telling what we will find. If. Wenn wir da hinkommen. Okay. Das Galician Trägerschiff Ashoka wurde zerstört. Wir konnten Technologie und Informationen über örtliche Außenposten sichern. Wir rücken auf Galician Stellungen vor. Und wir haben gelernt, wie man eine gute AA macht. Eine Luftabwehr. Unsere AA-Guns. Aber diese Support-Kreuzer, die haben ja auch AA-Fähigkeiten. Von daher, also gar nicht mal so schlecht. Und ja, Leute, das war echt ganz cool. Also ich mag das und ich mag mir auch da ein bisschen Zeit lassen. Mir gefällt das richtig gut. Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr euch bis dahin durchgekämpft habt. Also ihr seid richtig die Harten dann. Respekt, Leute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.